Ne, ne weggucken auch nicht. Wir machen einfach so und dann müssen wir irgendwo A drücken. Du brauchst nicht weggucken. Ja, es kommt kein Ton, wenn wir A drücken. Also, wir müssen einfach so hin und her machen und irgendwo dann A drücken. Ne, ich muss aber schon weggucken, weil ich kann ja sehen, wo die Hürde. Ne, ne, das siehst du nicht. Also, ich habe jetzt schon irgendwo A gedrückt. Was machst du da, Alter? Ich? Oh, Giovanna. Ja, die können ja auch was zu tun. Ja, niemand. Ein Boot. Moment, nein, nicht der Paul ist. Niemand. Nee, ich bin nicht der Bademeister. Zwei Versuche noch. Und da ist niemand. Als ob deine Hand drin ist. Okay, jetzt mussten da beide sein, da wo du jetzt guckst. Ja, sehr gut. Da bin ich. Hallo. Ja, trotzdem haben wir gewonnen. Egal, hauptsache ich... Guck mal, wie sie... Oh, ja. Hast du das gesehen? Ja, was ist denn das für ein nettes Spiel eigentlich? Ist doch egal. Jackpot geknackt. Aber es ist halt unverdient, dass er ewig immer kriegt, weil er hat ja geschnitten. Wie, was? Du hast doch genug Münzen anscheinend, würde ich mal behaupten. Ja. Oh, wow. Man geht, es wird richtig genau aufgeteilt. Nein, eine Münze oder so bleibt lieber. Da nur noch eine Münze im Jackpot ist, geben wir jetzt tausend dazu. Los, los, los. Paul Meister. Nein. 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 Warum denn? Giovanna. Wenn das mal nicht minus eineinhalb wird. Oh, schade. Münzen plus 300. Runde sieben. Nintendo. Komm bitte. So. Ob er jetzt auf so ein Superfeld kommt. Oh. Oh, ja. Was? Oh, ja. Geil. Super Chance. Oh, ho, ho. Das ist deine Super Chance. Rad wechsel. Cool. Dreh am Rad. Landest du auf Gewinn. Gehört dir der Jackpot. Hals und Beinbruch. Ich kann gar nicht hinsehen. Nein, guck weg. Okay. Komm bitte, ein Gewinn. Ja, natürlich. Cool. Jackpot geht nackt. Wie viel Glück kann man denn haben, Alter. Und die Runde davor rumhaut. Juhu, Nintendo, du hast den Jackpot geknackt. Hier, bitteschön. 2.118 Münzen. Ja. Nein. Du kommst nachher safe auf so ein Minus-einhalb-Feld, Alter. Was ist denn das? 10.151 Münzen habe ich jetzt. Jackpot ist leer. Tun wir 1.000 Münzen rein. Los, los, los. Sascha. Er greift. Und dreht nach rechts. Nein. Chance, 4 Spieler. Warum, Alter? Ein Stück weiter, Mann. Und jetzt jeder gegen jeden um 1.000 Münzen. Ja, oder? 4 Spiele Minispiel. Weltraumrennen. Da gewinnt der auch schon wieder, ne? Müssen wir einfach irgendwie rauskicken oder so. Kann mit ihm irgendwie ausschummeln oder so. Ihr müsst nicht bannen aus dem Spiel. Kicken. So haben wir überhaupt keine Ahnung. Nee. Dann müssen wir es halt draufhaben, ne? Ja, guck wie schnell er einfach ist. Ja. Ja, natürlich. Was war das da gerade? Ein Agent Superfly. Ja, guck schon wieder an der Eureka. Wie soll sowas gehen? Tja. So, 1.000 Münzen, vielen Dank. Minus 1,5 Mann. Und damit habe ich jetzt 11.151. Checkpoint ist leer. 1.000 Münzen rein. Los, los, los. Paul Meister. Das wollte mich nicht unter Arschen, Mann. Lohnt sich doch überhaupt, wie ich für den Checkpoint. Ja. Ich muss sie mal Münzen halt haben. So, sie macht. Checkpoint mal 2. Aber eigentlich wollte ich mir andere Stube machen. 3416. Ich dachte, jetzt kommt hier schon wieder so viel gegen 4. Das Spiel nähert sich dem Ende. Zeit für einen letzten Radwechsel. Und noch etwas. Wenn ab jetzt ein 4-Spieler-Minispiel ansteht, dann darf der Spieler auf dem letzten Platz das Minispiel auswählen. Haltet durch, ich will euch kämpfen sehen. Laitendo. Komm, am besten 2 Felder nach rechts. Jackpot mal 2. Ui, das ist eine schöne Stange Münzen. Jetzt wird's spannend. 6.832 Euro im Jackpot. So, plus 300 Münzen. Ah, richtig knapp. Paul Meister. An der Reihe. Und der kommt auf Jackpot plus 600. 7132. Chiu-Wanna. Ja. Münzen plus 300. Okay. Runde 9. Und Jackpot mal 3. Boah, der Jackpot erreicht astronomische Höhen. Das nächste Minispiel könnte alles entscheiden. 20.496. Sind im Jackpot. Und Minispiel 1 gegen 1. Mann. Aha, ein 1 gegen 1. Ja, voll, ein Minispiel da raus. Ja, natürlich. Zugzählung. Zählt wie viele? Ja. Ja, ich sag's ja trotzdem nicht. So, jetzt Ruhe bitte. Was? Alter, was? Ich, alter, ich, es hat mich gerade richtig verwirrt, dass ich das Geräusch nicht gehört habe, weil ich gedrückt habe. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab jetzt zum Schluss gedrückt. Aber ich hab nicht gedacht, dass man so wenig Zeit hat. Ja, ist ja okay. Ich hab 18 gezählt gehabt. Ich dachte, meine, meine, mein, mein, mein Knopfdrücken würde überhaupt nicht gezählt, weil dieses Geräusch nicht kam, dieses Klicken. Oh, Sascha, eine Glanzvorstellung. Ja, gut. Ja, ja. War nett, mit ihnen Geschäfte zu machen. Oh, Mann. Schau, es ist vier Spieler. Ein Minispiel und es geht um, bitte was? Es geht um 20.496 Münzen. Er darf nicht gewinnen. Ich auch nicht. Du musst gewinnen, ne? Da lohnt sich ein Sieg, wage ich es überhaupt in allen Spielern. Viel Glück. Four-Player-Minigame. Du bist zur Zeit auf Platz 4 von Meister, wir dürfen das nächste Spiel. So, Rettungshelikopter. Oh, hat das mit der Zeit. Hürden hopsen. Okay. Start. Da gewinne ich jetzt. Da gewinne ich jetzt, haut er raus. Hoffnung. Das war nicht die Fernbedienung. Aua. Nein. Alter Mann. Kann er eigentlich gleich auf mit uns sein? Fuck. Ja, Mann. Ja. Hast du gewonnen? Ja. Nice. Geil. 20.000, Digga. Konnte er eigentlich so schnell sein, obwohl er so oft da raufgerissen flogen ist, oder? Wurde auch, glaube ich. Und bei deinem Glück kriegst du als nächstes direkt minus 1,5, Alter. Er holte mir trotzdem noch Erster. Ja, aber trotzdem. 21.204 Münzen. Abtormasser jetzt. So. Giovanna. Das ist letzte Runde, wa? Ja. Nach und so noch einmal den Checkpoint leer machen und dann... Ja. Ja. Checkpoint. Ja. Aber trotzdem, sie kann schon mal nicht gewinnen, glaube ich. Runde 10. Jetzt die letzte Runde. Danach kommt noch die... Ja. Minispiele 1 gegen 1. Oh, Scheiße. Oh, gegen Paul Meister. Aha, ein 1 gegen 1 Minispiele. Nintendo gewinne und nimm dem Gegner die Hälfte seiner Münzen ab, fordere einen Minispiele wieder raus. Tja. Äh, Paul Meister, ne? Aber Sascha hatte ich doch vorhin geschlagen, du musstest ihn zurückzahlen. Oh, Strandsprung. Sprintet los, oah. Das hast du vorhin gewonnen, ne? Ja. Sag ich zwischendurch mal eine Pause mit? Ja, bitte diesmal nicht pausen. Nein. Ja gut, äh, Start. Oh, Mann, Alter, ey. Yes. Was? Ja! Was? What the fuck? Ich war doch eindeutig Erste da. Das hat man noch gesehen, oder nicht? Ja, vielleicht ein Millimeter, der vielleicht gefehlt hat. Er schmeißt sich vor die Flagge und hat irgendwie nicht ganz gereicht, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja, kann er nicht einen Millimeter weiterspringen? Warum dreht der jetzt noch da? Ja. 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 Ja, egal. Ja, egal. Ja, für die letzte Runde nochmal schön für den Jackpot. Äh, Jackpot. Jackpot. So, Pointmeister. Mann, Alter. Ja. Was? Witzig verarscht, er hat so dolle gewartet, Alter. Was? Hahaha. What the fuck? Hahaha. Vermittest 1, halt. Ja, ich glaube Pointmeister hat zu viel Energie. Äh. Ja. Ja. Das ist so einfach. Ja, so. Wenn jetzt jemand den Jackpot gibt, hat er gewonnen, ne? 10 Runden sind vorbei. Das Spiel endet nach 10 Runden oder sobald der Jackpot geknackt wird. Aber Achtung, es gibt jetzt viel mehr Minusfelder auf dem Rad. Hä, wohin hat er gesagt, der letzte Radwechsel? Ja. Und jetzt kommt noch ein Radwechsel. Ja. Nintendo. So. Dann drehen wir mal. Das sieht ja minus 1,5 aus eigentlich, aber... Da ist es mal Münzen plus 300 würde ich mal sagen, ne? Sehr schön. Gewonnen würde ich mal sagen. So. Sascha. Was ist das? Sehr gut, sehr gut. Ich drück nach da. Ey. Ich drück nach da, aber... Geil. Ballmeister. Drehen. Ja. Ey Spaß. Münzen plus 300. Aber du es auch nötig hast, sag ich. Giovanna. Ja. Komm, minus 1,5. Ja. Ey Spaß. Ja. Jackpot ist halt richtig so ungerade Zahl legen, ne? Hm. Ja. Nintendo. Mensch wie steht's? Versuch den Jackpot erst mal richtig hoch zu treiben. 2 bin ich. Ja plus 600 ist ok. Aber jetzt ist die super weg. Noa 28.997. Ja der Supermast. Und dreht er jetzt noch da, what the fuck? Alles klar. Okay, jetzt geht es um die Wurst. Ein Minispiel und es geht um, bitte was? Es geht um 28.997 Münzen. Der Notzieherin Sieg war ich zu behaupten. Allen Spielen viel Glück. So, ich gewinne das jetzt mal. Sie darf aussuchen, ne? Giovanna. Innere Uhr. Ja, fuck, da bin ich ja so schlecht. Äh, Start. Jetzt bestimmt nämlich nur bis 2. Okay, hart. Eins. Boah. Ja, für was? Haha. Oh Gott. Oha. Tja, da konnte ich wohl nur gewinnen, ne? Ja. Cool. Knapp 30k. Okay, das ist schon so gut eigentlich, wenn er so genau ist es nicht. Nein. Er hat davor schon zweimal gewonnen. Und verdient. 34.872 Euro habe ich jetzt. Meine Damen und Herren, ich bekomme nur den Gewinner. Nintendo gewinnt mit 34.872 Euro. Egal, Hauptsache nicht letzter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, Sascha, man verstehe ich auch, wenn du nicht so ganz nah vom Mikro bist. Nein. Hallo, hallo. Alles klar. Ja, ich habe gewonnen. Vollmeister zweiter, Sascha dritter, Giovanna letzter. So. Alter. Ja, da sieht man, wie ich vom zweiten Platz da ganz hoch geschossen bin. Ziemlich cool. Guck mal, wir haben alle so grünen Glibber am Mund. Seht ihr das? I, stimmt. Ey, Giovanna war nicht. Okay, endlich. Die Kur war einfach direkt nur unten. Nee, war zu schlecht. Okay, dann war es das für den Part. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit Bingo. Und dann sind wir auch schon fertig mit den Gesellschaftsspielen. Dann kommen noch die Teamspiele, Zimmerspiele und Minispiele danach. Okay, also bis zum nächsten Part, wo es dann weitergeht mit Bingo. Tschüss.